Der Alltag ist voll bepackt mit To-Dos, der Job nimmt viel Zeit in Anspruch und dann muss auch noch die Wohnung oder das Haus geputzt werden. Reinigungsfirmen können dabei unterstützen und entlasten. Vom Saugen bis zur wirklich ordentlichen Oberflächen, Tiefenreinigung oder auch das Fensterputzen, das vielleicht auch im Alter schon ein bisschen erschwerlich sein kann, wird durch die Reinigungsfirma ordentlich abgedeckt. Die Reinigung von Büros, Verkaufs- oder Produktionsflächen durch einen Profi spart auch Unternehmenszeit. Will ich mich in Eigenleistung um die Reinigung kümmern, habe ich natürlich auch menschlich bedingt Ausfallszeiten, wo ich dann einen Ersatz suchen muss, weil es einfach nicht funktioniert, in einem Handelsgeschäft zum Beispiel einmal einen Tag nicht zu reinigen. So bitte nehme ich lieber eine Reinigungsfirma und gebe diese Personalsuche aus der Hand. Auf die Reinigungsfirma wird außerdem zurückgegriffen, wenn es um heikle Oberflächen und Sonderverunreinigungen geht. Beispiele sind Baustellen- und Fassadenreinigungen oder die professionelle Reinigung von Photovoltaikanlagen. Die bedürfen einer Reinigung, weil eine Verschattung natürlich einen Einbruch an Effizienz bedeutet. Somit bieten wir natürlich auch die Photovoltaikreinigung an. Egal welche Firma der Steinberger Gruppe zu einem Objekt gerufen wird, sie alle arbeiten eng zusammen. Die Firma Wandwerk als Material, Händler mit exklusiven Materialien, steht immer zur Verfügung. Die Malerei Steinberger arbeitet diese Materialien an der Wand ab. Die Reinigung Steinberger macht dann sauber, wenn die Baustelle vollendet ist.